Applaus Es gibt ja Leute, die sagen, alles im Fernsehen schon mal da gewesen. Den Mann, den wir Ihnen jetzt präsentieren, den haben Sie schon oft im Fernsehen gesehen, aber ich vermute mal noch nie in einer Unterhaltungssendung. Insofern ist das auch für uns beide heute Abend eine echte Premiere. Seit acht Jahren ist er der Chef der Koalitionsregierung in Bonn. Zum ersten Mal bei uns, wir freuen uns sehr, Bundeskanzler Helmut Kohl. Herzlich Willkommen. Wie man gemacht hat das. Herzlichen Glückwunsch. Als Mann der Mitte, Gott selbst. Als Mann der Mitte, Gott selbst.